Ich werde jetzt schon ordentlich durchgepustet. In etwa 40 Minuten sind wir da auf der wunderschönen Insel Norderney. Dort beginnt unsere Klimareportatur. Wir gehen ins Nationalparkhaus, unterhalten uns dort über die möglichen Folgen des Klimawandels. Wir beschäftigen uns mit CO2-neutralem Tourismus und ich freue mich. Ich bin gespannt, was das Wetter mit uns so anstellen wird. Wie man sieht, ist es sehr stürmisch. Es hat wenigstens gerade aufgehört zu regnen. Ich drücke die Daumen, dass wir morgen nicht weggepustet werden.